Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Walking Dead, A New Frontier, Episode 5, dem Galgen entkommen. Und ich glaube, ich habe gerade alle an den Galgen gebracht, aber das werden wir vielleicht noch sehen. Ja, ich werde ihn küssen. Und dann werde ich sagen, oh, komm David, das sind doch alles Männer. Der wird mich jetzt anpöbeln dafür, dass ich ihm gerade vor seinem Sohn nicht in Schutz genommen habe. Ich hasse dieses in Sekunden schnelle irgendwas klicken. Oh oh. Davilein. David, was machst du denn? Kommst du mal da bitte runter? Nur spring, tu nichts unüberlegtes. Das ist ein langer Weg runter. Du fährst schnell, aber du fährst alles gleich. Komm hier. Oder du fährst mich auch. Ja. Ja, wenn du dich immer aufhörst wie eine verdrungene Pussy, deswegen. Ich will dir etwas zeigen. Bin ich da? Ja, damit du mich runterschmeißen kannst. Ich werde dir jetzt aus dem Zweifel vertrauen, wenn du mich runterschubst, töte ich dich und schieße in deinen Penis. Das wird dich schon irgendwann töten. Ich würde mich da nicht drauf stellen. Fuck. Super für die Zombies. Hä? Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ich arbeite für das. Ich arbeite für das. Vielleicht ist es verrückt. Aber manchmal, verrückt Dinge, wenn es ein bisschen ist. Ich bin froh, dass du das verstehst. Ein Soldat ist nicht ein Freund. Oder ein Vater. Ein Soldat ist ein Soldat. Nichts anderes. Nichts. Nichts überhaupt. Call dich selbst, was du willst. Ich sehe dich als mein Bruder. Das ist ein Kind für dich, Javi. Ich wünsche... Ich wünsche dir, dass ich dein Herz hatte, manchmal. Ich möchte, Javi. Ich habe immer wieder. Really? All du hast, was ich mich verändern? Nur weil ich mich nicht zu tun habe, das zu tun. Es ist die einzige Krieg, die ich nicht gewinnen kann. Und ich frage mich, warum? Wenn man sich ändern will, muss man das Schritt für Schritt machen. Auf einmal und zaubertrickmäßig geht das nicht. Ich frage mich. Ich denke, wenn bitte nicht zu患. Nur nicht zu談. Du musst mal sich von da. Just like with anything else. I did what you asked. You did. Thanks for that. So now we can step back? Sure. I found them! They're up here! Be careful, Javi. I ran into... She was still outside when we checked on the entrances. There are dead everywhere. We got her inside just in time. Seriously, I've never seen so many dead. It's awful out there. That was the right thing to do. Proud of you, buddy. Ava, about earlier. I guess I owe you an explanation. About what happened on the stage. With Joan and Trip. You don't have to say anything to me. Your actions said plenty. I read you loud and clear. But... Go ahead and say whatever you want. I saw through her little scheme. I knew she was gonna shoot Trip instead. Just be glad the situation was what it was. And that she didn't make me pick between you and your brother. There are so many. They're pouring in. They're pouring in. You don't know the half of it. The herd has taken over Richmond. The streets are filled with walkers. With that hole in the wall, this city is fucked. We're not safe here. No one is. No one is. Oh Jesus Christ. What the fuck have we done? So what do we do? I don't want to die up here. None of us do, Gabe. Stabilize the city. Figure out how to make it safer for everyone. I saw construction vehicles when we got the armored truck. We can use those to stop the muertos, seal the breach and save Richmond. That's over by the motor pool at the water tower. We could use the highway overpass to get to the water tower. Come on. Let's jump. Nein, we don't jump on something like that. Nein, du dumme Sau. Du kannst einfach losrennen, wenn ich nicht bereit bin. Wow. Der ist einfach losgelaufen, dieser dumme Pimmel. Ich war noch gar nicht bereit und der rennt da einfach. Und jetzt bricht das Ding runter, alle sind tot, hui. Geschichte zu Ende. Ich. Äh. Ich. Äh. Ich. Äh. Ich kann ihm doch nicht sagen, dass er mich mehr mag als ihn. Gut, das ist die Wahrheit. Und sie wollte die ganze Zeit an meinem Pi, 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 die Puh. Aber ich will nichts von der. Das sieht man auch die ganze Zeit im Let's Play. Äh. Was ist das schon wieder? Oh. Frühstück. We need to be careful up here. Oh, die gibt's bringende Haare. Zum Mittag. Steig sharp. Und do not fire your guns. We're gonna be fine. That guy was all alone. We're not. Ja, aber wir klettern über verrostete, was auch immer Dinger drüber. Das ist auch nicht unbedingt besser, David. Der rennt einfach los und springt. Er springt doch. Ich war gar nicht bereit, dass... Oh nein. Wieso muss ich immer helfen? Also ich bin dafür, dass, äh, Kate vorgeht. Oh, pfuh. Ist er jetzt auf mich auch sauer? Ich hab nichts gemacht. Achso, okay. Er redet doch nicht. Ja, Kate, das müsst ihr ja wohl selber schaffen, na, Gott sei Dank. Wollt schon sagen. Könnten wir vielleicht ein bisschen schneller gehen hinter uns als Zombies? Du sagst mir das immer so. Don't be a man who relies on other people to solve your problems. Because then you're not a man at all. Ich dachte, er war richtig. Nicht mehr, Javi. Ich kann nur hope, dass ich so sein, wie du bist. Also, hier ist hoping. Oh, danke, buddy. Das bedeutet viel. Ich bin sorry, ich habe nicht wirklich gesagt. Ich sollte es nicht mehr sagen. Danke, ein Millionen. Du bist willkommen, ein Millionen. Ja, richtig. Uh, Gabe und Clementine. Macht ja nicht rum. Jetzt muss ich euch leider verprügeln. Äh, das ist eine schlechte Idee. Sie ist schon wieder irgendjemand aufgespießt werden. Dann kommt das bestimmt Zombie da aus, wenn ich mich da durchzwänge. Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Come on. You know, I didn't think there was much that could scare me anymore. Die schubst mich jetzt runter, weil sie sauer auf mich ist. Oh Gott. Das Auto wird jetzt gleich rutschen. Sie wird mich schubsen. Dann bin ich tot. Äh, warum musste ich auch wieder... Äh, äh, äh. Jetzt fällt sie dann runter. Ist das euer verfickter Ernst? Ich rette die, damit sie... Ja, das ist das... Damit das passiert? What? Täter, Gabe, fuck off. Deine Entscheidung in das Spiel von wegen. Ihr entscheidet doch vorher schon, wer verreckt. Hätte ich den dummen Trip überleben lassen, wäre der jetzt da verreckt. Oh. Kannst du mal deinen Sohn in Ruhe lassen, du Affen? Das war's job, aber... No one gibt dir eine Regelung, um ein Kind zu erzeugen. Und sie sind sicher nicht. Es ist nur eine Sache, die ich nicht verstehe. David wirklich glaubt, dass er A.J. mit dem zu gehen hat? Warum hat er nicht zu retten, ihn zu retten? Er hat Angst. Hattende ein Baby in den Arm, wahrscheinlich hat ihn zehnmal mehr als ein Muerto. Ich verstehe nicht. Nachdem du alles in die Arbeit hast, so viel von deinem Herz... A.J. war ein Brat. Er war mit mir, nachdem wir dich rausgebracht haben, Clem. Ich habe bereits zwei Kinder gegründet. Ich dachte, es wäre ein Stückchen. Nicht mit dem Tyrant. Ist das, warum du ihn weggebracht hast? Wir hatten ein schlechtes Winter. Wir verletzten alle Kropen, die wir hatten. Ich kann nicht wegkommen, und A.J. kann nicht in Richmond bleiben. Ich habe A.J. zu Lingard und sagte, ihn zu machen, was er hatte, um seine Leben zu retten. Ich erinnere mich, Brat. Ich habe nie gefragt, Lingard, um es wieder zu fragen. Doch ich wollte, oft. Ich bete die kleine Brat erinnere dich, auch. Both von dir. Es war nicht einfach, Clem. Toll, jetzt haben wir hier Mittler mit ihm, und tralala, und dann wird er verrecken, bei meinem Glück. Das war dasselbe, als ich Mittler mit dem Arschlochkind hatte. Danach ist er danach verreckt. Das regt mich so auf bei dem Spiel. Echt ohne Witz. Die ganze Zeit dasselbe Mist. Vor allen Dingen, wo kam der Zombie plötzlich? Ja, das Auto war leer. Und dann fahren wir halt, da holen wir jetzt noch einen Mitfahrer. Da ist jemand abgestürzt, weil er nicht fliegen konnte? Oder gezombiet war? Nein, wir wollen nicht greifen. Du willst doch nicht ernsthaft mit dem Ding dich darüber drehen, oder? Nö. Ich bring den um, wenn der so einen Plan hat. Das werde ich nicht machen. Äh, definitiv nein. Nein. Seid ihr blöd? Äh, Leute, seid ihr dumm? Ja. Oh, ein kaputter Hubschrauber. Lass uns mal schnell über den Blubbänder klettern. Wir haben ja sonst keine Hobbys. Ich sehe schon, wie da alles runterfallen und alle sterben. Olé. Alle tot. Und dann finden sie es. Achso. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich auch eine Variante, wenn man das machen kann. Was hätten sie denn jetzt gemacht, wenn es in der Mitte stecken geblieben wäre, das Ding? Dann hängt er da rum. Wer auch immer als letztes dran ist, fliegt bestimmt runter. Freut euch schon mal. Du schaffst das schon, Kate. Und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Okay. Ich kann es tun. Fall ja, nicht runter. Ich habe keinen Bock. Die fällt jetzt runter und ich und David sind hier gefangen und wir müssen einen anderen Weg finden, oder? Also, das weiß ich mal nicht recht. Gott sei Dank. Alter, vor Schönheit. Das war's. Nein. Oh, fuck! ich habe kein übergefunden was mache ich mit dem jetzt? kann ich den oben noch? oh weh. wieso bin ich immer der? ja toll jetzt habe ich wieder den seinen kopf da scheiß hubschrauber ja das war wirklich schmusi schmusi mit dem gemacht der wollte mein die er hätte mir aufgebissen wenn ich an ihm vorbeigeklettert wäre das ist irgendwie wie so ein kack jetzt sind wir schon wieder auf dem turm können wir mal was anderes es hat mit clementine rum gemacht das ist wirklich hektihaft das ist eine gute Idee eine gute Idee eine gross Idee, aber eine gute Idee aber ich könnte aufbauen meine Wasserbottel so wer wird das machen? ja Javi hast du bereit gemacht etwas verrückteres für mich ich weiß ich weiß ich werde mich natürlich auch mit leichenteilen für dich einreiben clemmy oh danke dass du mir das nochmal sagst ich hoffe niemand ist es gerade weil sonst müsst ihr jetzt definitiv kotzi kotzi machen ich werde mir einen schönen zombie aus äh Moment ich werde gerettet wie Glenn ein Müllcontainer wird auf mich fallen und mich beschützen hey wieso muss ich mir den marcus aussuchen ne gut ich brauche nur seine innereien ich freue mich jetzt schon das wird schön für dich okay you can do this Javier ja i can do this oh my fucking oh god oh i think i don't understand i will mir nicht vorstellen wie sich das bäh wieso schmierst du es dir auf den Kopf bist du pfui okay that better be enough ah sexy das wird gar nicht auffallen wenn ich da zu dem Ding gehe ne ob mich Kate jetzt immer noch küssen will okay lass uns schmusen ich rieche wääh wääh ah der ist mein neuer freund der da der will mich küssen ich habe keinen ich habe keinen ich habe keinen ah er hat denn dein Auge gefressen nicht dass ich es wissen will aber ich mache Zombieräusche ja die da oben gucken angewidert ich muss hier lauf ja nicht dem Zombie dann ich das ah 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 dass war Absicht ich bin unauffällig ok maybe maybe wurde ich jetzt gefressen wo soll ich denn hin die laufen doch alle meine richtung seid ihr die mit dem schulmädchen outfit wollt mich auch der schon wieder der kinnlose ich bin ein zombie lasst mich in ruhe da unten hofft da auf einer weg gar nicht auf ja super ja wisch dich noch das bringt ja mit dem blutverschmiert und links sie zeigen sich dann zu wischen will jemand von mir riechen tax for everyone lasst ja nicht wieder kate fahren das war nicht der plan die wird gleich sagen dass sie nicht mehr an dich will was gabe is this what you really want i know it scary out there but i have to bist du blöd ob dieses kackrübengesicht jetzt wirklich mit seinem beschissenen vater mitgeht und ich dödel mit den kackrüben hier zurückbleibe außer clementein und diese dumme stadt rette wo mich eh jeder hasst sehen wir vielleicht im nächsten part falls ihr bock habt könnt ihr natürlich gerne bei einem live let's play nächstes mal zuschauen auf meinem twitch kanal ansonsten würde ich mich über netten kommenten daumen nach oben freuen bis dahin ciao 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 ciao